Perfekt. Back off! Back off, you idiot! Sable! Sable! Oh nein! Ah, Sable! Oh nein! Ah, Sable! Oh nein! Ah, Sable! Was, du? Was aus? Okay, Asics, wenn du hässlich bist, sagst du in den nächsten zwei Sekunden nichts. Uuuuh, Chad. Uuuuh. Gegenüber stehen und ich so, Wingardium Leviosa. Zack, fliegt euch der Rohrkuch. Stop it, Claire! Stop! Wingardium Leviosa. Komm ich da ohne Hits weg? Hä? Ich hab noch nie gesehen, dass hier keine Pellet ist! Äh, women, right next to the stone. Claire, warst du in der Schule? Ja. Eine Baumschule zählt nicht. Ah, ruhig. Eine Ewigkeit später. Eine Stunde später. Scary Spider-Warning. Davor gab's ne Warnung. Aber ich lieb's, wenn Spinnen rennen. Diese acht... Diese acht Beine sind... Hier bin ich wieder fünf Minuten von dem letzten Random Juke, ne? Es ist so crazy, Chad. Oh yeah, Mr. Crab. Ja, also der ist weg. Was? Blonk. 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 Den kannst du einfach so... Wenn du nicht regelmäßig hier bist, widerstehst du den nicht. Boah, neul. Ja, Dracula. Boah, Junge. Das ist C4, was ich in der Hand hab. Stolz. Ah, Dino. Ich glaube das ist unser Aufzähl. Er hat das rote Addons. Er hat beide roten Addons. Mon Dieu. Mon Dieu. Ich bin wieder da, wo ich mehr getötet hab. ist dieser ist das wollen das ist tatsächlich ein echter funktionierende papierflieger der da in der wand sollte man seine fläche anfangen zu deutsch und er ist jetzt richtig so ist der first hook oh nein dieser charl hat gar keine ahnung wie man diese drohne umgeht ich sag euch übrigens der tag der tag wo die in dead by daylight ein elo system hinzufügen pack ich meinen schwanz aus und fliege es euch vor der kamera einlernen wir haben einen casual mode und ranken mode die ganzen gottlosen familienväter können einfach casual so ich hole mein kopf raus und mit solche die kämpfe oder ich zeige mein abloch irgendwie sowas gehst du mal an dieser scheiß tschüche guckt euch diesen atom an guckt euch diesen atom an guckt euch diesen atom an wenn der die tür loslässt und sich in diese scheiß ecke stellt macht die tür auf du scheiß muggel der computer geht nicht komisch wir müssen mit sushi machen heilige scheiße was ist eine gute figur das sind muggies oder chat ihr denkt euch so junge kler ist doch fett wie kann man seine muskeln trotzdem sehen ja weil ich so krasse muskeln habt dass man die trotz fett sieht ich bin jetzt vier finger in die luft und er die will daran erkennen dass ich der echte bin weil ich habe vier finger der andere nicht gehört wie hat er das gehört ich werde jetzt ein zeichen geben und das ist ein hund daran werdet ihr erkennen dass ich der echte bin er hat mich der hört mich das hat auch nachgemacht ich habe keine chance ihr müsst einfach wissen wer der echte ist ihr müsst wissen wer der echte ist ich kann es euch nicht sagen irgendwie irgendwie rafft er alles und er zieht auch krasse wenn ich krimassen schneide er ist sogar unscharf wenn ich unscharf bin ich werde nirgendwo anders geil entweder du heizt mich hier unterm haken ich werde mich nicht von dort hier hin bewegen Hallo? Ich traue das. So wird das nichts, Freunde. So wird das nichts. Es handelt sich um eine Teste. Es ist ja auch nie. Ich traue das nichts.